Und weiter geht's mit einem neuen Tutorial hier in Russian Fishing 4. Heute suchen wir uns mal ideale Spots für die Brasse. Also legen wir los. Wir sind an der alten Festung. Es ist so langsam, ja es geht Richtung Abend. Wir haben nicht nur schlechtes Wetter, es wird auch so schon mittlerweile dunkel. Und wir machen uns auf die Socken, suchen uns ein paar Spots, wo möglicherweise die Brasse stehen kann. Und tja, dann gucken wir natürlich auch, welche Sets, welche Köder, welches Futter wir am besten verwenden, um dann da erfolgreich die dicken Dinger rauszuziehen. Und hier sind wir auch schon an einem der möglichen Spots. Was sind die möglichen Spots oder wie erkennt man die möglichen Spots für die Brasse? Es ist im Großen und Ganzen gar nicht so schwierig. Wenn ihr das erste Mal an der alten Festung seid, kauft euch eine Karte, drückt M und dann landet ihr hier in der Übersicht. Und letzten Endes, wenn man hier mal ein bisschen näher ran zoomt, sieht man eben auch, ja wo ich jetzt hier zum Beispiel stehe, Brassen halten sich gerne an so Vertiefungen auf. Das heißt an so etwas tieferen Stellen oder hier in dem Bereich oder hier. Also es gibt verschiedene Bereiche, die man immer mal wieder testen kann. Und dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, okay man hat eine Köderkombination oder zwei, drei Köderkombinationen, geht an die alte Festung und testet genau an diesen Stellen, dass man dann hier vielleicht die verschiedenen Bereiche einfach mal abläuft. Und ja, so wie ich jetzt hier an der Insel quasi ja, man startet ja hier, dann renne ich in der Regel hier einmal rum, teste hier, teste hier. Zuletzt war hier oben auch noch eine Stelle, da musste man halt ein bisschen weiter rauswerfen. Aber ansonsten immer wieder da, wo eben diese tiefen Stellen sind, einfach ausprobieren. Hier oben ging auch mal eine Zeit lang. Dann auch hier wieder diesen tiefen Bereich wieder auswählen, dass man da den Köder positioniert und platziert. Und das Wichtige, die Brassen sind übelst verfressen. Das heißt, wir brauchen in jedem Fall auch die Futtermische. Bedeutet also für dich als Anfänger, als neuer Angler, mit den ersten Keschern, die du quasi verdient hast, an Silber reinbekommen hast, auch noch die Futtermische hochskillen. Heißt also, wenn wir jetzt hier N drücken, können wir ja dann die Futterbällchen, hier unten sind sie, die können wir hier herstellen. Und hier haben wir eben auch die Futtermische für Brasse. Das bedeutet, wir müssen diese Komponenten hier freispielen, uns erarbeiten sozusagen. Heißt also Perlengraube, Fliegenmade, Hirsebrei und Anisöl. Das ist die klassische Basis-Brassenfuttermische. Und die fertigen wir auch schon mal an. Machen wir mal so ein paar Bällchen. Dann sehen wir jetzt hier oben natürlich auch, wir haben 40 Portionen hergestellt. Ist schon mal eine ordentliche Menge. Und wir haben hier aber auch eine Qualität, 9 von 10, also eine sehr gute Qualität schon. Die hervorragende Qualität, 10 von 10, die ist halt nicht so häufig. Da muss man vielleicht mal ein paar mal herstellen. Aber im Großen und Ganzen kommt die natürlich auch zwischendurch mal. Um die zu bekommen, 9er oder 10er Qualitäten, wie gesagt, da muss man Skillpunkte investieren. Da hat es jetzt gerade ein bisschen gedauert. Jetzt geht es wieder ein bisschen schneller. Zack, da haben wir sie sogar 10 von 10. Genau. Das Ganze sieht man hier unten in der Angelfutter-Zubereitung. Das heißt, wenn ihr euren Account speziell eher in Richtung Grundangeln auslegt, habt ihr in einem gewissen Bereich hier beim Grundangeln, habt ihr eigentlich ein bisschen Zeit oder ein bisschen eher die Möglichkeit, euch ein paar Punkte zu sparen. Das heißt, wenn ihr die ersten Punkte hier vielleicht in die Stationärrolle gebt, geht dann erst hier vielleicht bei der Haarmontage in die Punkte oder erst bei Karpfen, Pop-Up-Rick und Schlaufenmontage. In diese drei tut ihr die Punkte rein und habt ihr natürlich Punkte übrig und könnt die in die Futterherstellung investieren. Wenn man hier dann die fünf Punkte investiert hat in der Angelfutter-Mische, dann erstellt man eben diese Qualitäten 9 von 10 und 10 von 10, also die besten Qualitäten fürs Anfüttern. Also, gehen wir mal zurück. Wir haben mittlerweile schon Nacht. Auch das ist enorm wichtig. Die Brasse beißt am liebsten und am besten in den guten Größen, gerne eben am Abend bis in die Morgenstunden rein. Und das heißt, wir schnappen uns unser Set. Ich habe jetzt hier gerade das Basis-Set. Das ist quasi so dieses Starter-Set. Schon ein wenig gepimpt. Können wir mal eben reingucken. Das ist das Starter-Set mit der Lacerati, die schon ein bisschen verbessert ist. Wie man die Lacerati pimpt und verbessert, da habe ich auch extra noch ein Video zu erstellt. Findet ihr auch hier auf dem Kanal. Und das sind, wie gesagt, jetzt hier die Komponenten schon verbessert. Aber man kann natürlich auch mit der Basis-Variante auch ganz wunderbar hier die Brassen rausziehen. Dementsprechend habe ich jetzt natürlich hier schon ein etwas stärkeres Set zusammengestellt. Grundsätzlich muss das Set für die Brasse nicht so enorm groß sein. Ich bin jetzt hier mit einem Fluorocarbon-Vorfach unterwegs von 5,4 Kilo Tragfähigkeit und einen sehr großen Haken. Also einen wirklich großen Haken, einen Einser-Haken, Vierer-Haken könnte man auch noch nehmen, Knoblauchteig. Und natürlich dann die Brassen-Futtermische, die wir gerade noch mal hergestellt haben. Wir nehmen jetzt einfach mal hier die 9 von 10. Man muss sie da auch nicht übertreiben. Dann stehen wir jetzt hier relativ nah an dieser Senke und ich werfe einfach mal, können wir hier den Schnurclip einstellen. Steuerung Plus, Steuerung Minus. Sehen wir jetzt hier in der Mitte den Schnurclip und ich denke mal so ungefähr 12 Meter. Mehr weit wird das nicht sein. Ich glaube, das ist sogar schon zu weit. Ich glaube, das ist schon fast schon zu weit, oder? Da sehen wir die Schnur. Jetzt habe ich hier natürlich so eine dunkle Schnur. Ich nehme nochmal meine andere Rute. Die packen wir uns mal eben, die bauen wir uns auch mal eben zusammen. Die bauen wir mal ein bisschen leichter zusammen. 6 Kilo. Dann machen wir hier mal eine 5 Kilo Schnur drauf. Biss-Anzeiger. Hier natürlich auch wieder einen Futterkorb. Ich nehme erstmal so einen kleineren 20-30 Gramm. Das genügt komplett. So weit wollen wir nicht auswerfen. Eine Futtermische ist drin. Brasse. Nehmen wir hier wieder. Dann nehmen wir auch hier wieder ein Vorfach gerne für. Ich meine, man kann bei einer Monoschnur auch ohne Vorfach angeln. Funktioniert auch. Aber wir machen es ein bisschen feiner. Wir wollen die ja auch nicht verscheuchen, die Brassen. Dann machen wir hier mal jetzt einen Viererhaken drauf. Und auch hier nehmen wir mal einen anderen Köder. Nehmen wir mal Perlengraubenbrei. Zu den Ködern kommen wir auch gleich noch. Da gibt es ja viele verschiedene, die für die Brasse interessant sind. So, jetzt gucken wir gerade nochmal. Das war jetzt noch nicht mal in den Clip rein. Aber von der Weite her passt das glaube ich ganz gut. Ja, jetzt habe ich hier diese schwarze Schnur. Man sieht sie kaum. Mit der grünen Schnur passt das. Also man sieht eben auch an der Schnurspitze. Wenn ihr nicht genau wisst, bin ich denn da jetzt in dem Loch drin oder nicht. Wenn die Schnur halt richtig steil runter geht, dann sieht man eben, okay, ich bin in der tiefen Stelle und dann passt das. Jetzt muss ich gerade aber nochmal eben ausprobieren, wie weit wir hier jetzt eigentlich klippen. Denn wenn ich jetzt hier genau auf... Okay, 12 Meter ist definitiv zu weit. Deutlich flacher jetzt natürlich der Winkel, oder? Reicht das noch? Ich würde sagen, wir gehen mal hier auf 10 Meter. Und dann, wenn wir jetzt auf 10 Meter sind, schmeiße ich da dann eben auch... So, 10 Meter. Stopp. Und dann schmeißen wir jetzt da mehrfach die Futtermische auch nochmal aus. Einfach jetzt hier vorne in dem Bereich. Wie gesagt, das ist jetzt quasi das Anfüttern. Man kann das natürlich auch von Hand aus werfen. Einfach die 10 Bällchen an diese Stelle. Wobei das natürlich hier mit dem Futterkorb ganz praktisch ist. Wir haben den Schnurclip drin. Wir werfen jetzt quasi immer auf diese 10 Meter. Und füttern ja jetzt erstmal 5, 6, 7 mal an. Und danach kommen dann... Machen wir den jetzt... Lassen wir jetzt mal drin. So. Jetzt haben wir da ein bisschen Futter an dem Spot. Den nehme ich jetzt auch nochmal wieder rein hier. Die Kombination. Bremse müsste soweit passen eigentlich alles. Und dann gehen wir hier ein bisschen runter wieder auf 10 Meter an die gleiche Stelle. Zack. Ganz entspannt. Stramm stellen. Und wir sehen, hier bimmelt es schon los. Hier geht es los. Genau. Da zuppelt es auch schon los. Und dann gibt es natürlich aber auch noch die Möglichkeit, also von den Basics her, man kann sich natürlich auch irgendwann verbessern mit seinem Set. Man könnte theoretisch natürlich auch hier mit einem schweren Karpfen-Setup sich hier hinstellen. Wenn man sagt, okay, ich habe mir jetzt 60% im Grundangeln erarbeitet, kann jetzt mittlerweile zwar schon die großen Fische ziehen, aber ich will auch mal wieder ein bisschen Kohle machen ohne viel Verschleiß. Da ist das natürlich auch möglich, sich hier mit den Karpfen hinzustellen. Ja, wie gesagt, ich verwende gerne auch Winkelpicker. Winkelpicker grundsätzlich eher für kleinere Fische gedacht und fürs zartere Angeln. Hier in der Tragfähigkeit jetzt von 14 Kilo in den Basics. Da gehe ich dann allerdings schon wieder runter von der Tragfähigkeit mit der Hauptschnur auf 12 Kilo. Und vom Vorfach bin ich hier auf 9,7. Da machen wir natürlich auch ein Vorfach dran. Natürlich auch Brassenfutter rein. Gerne auch hier immer den dicken, fetten Einserhaken. Nehmen wir mal den hier. Einserhaken groß. Und was haben wir jetzt verwendet? Wir haben drin den Knoblauchteig. Wir haben drin Perlengraupenbrei. Und ein ganz großer Klassiker eigentlich auch ist noch der Erbsenbrei. Das sind so für mich die drei wichtigsten Köder. Man kann allerdings auch noch Würmer verwenden und, und, und. Also Brassen sind regelrecht verfressen. Halt, Bremse runter. Regelrecht verfressen. Und die Brassen zuppeln halt immer mal wieder auf verschiedenste Köder. Gerne halt verschiedene Teige. Also das sind so die, die wichtigsten allerdings diese drei zum Testen. Ja, und dann geht das so langsam los. Also man muss natürlich immer ein bisschen anfüttern. Und dann hört man allerdings hier auch schon in der Mitte zuppelst. Hier links hat es gerade gezuppelt. Im Ingame-Chat sieht man auch schon, hier werden einige Brassen gefangen. Und dann läuft das so langsam los. Wichtig ist natürlich immer, dass man ein bisschen anfüttert. Deswegen im Idealfall relativ früh am Abend schon mal sich hier hinstellen. Wenn man so 18, 19 Uhr schon mal Gas gibt. Da haben wir schon mal eine kleine mit einem Kilo knapp. Also so 18, 19 Uhr, 20 Uhr spätestens dann mal hier zum Brassenspot gehen. Und dann geht es los. Da muss man halt schon mal reinfüttern, das Set zusammenbauen und, und, und. Und da haben wir doch schon mal eine, die maßig ist. Und das ist eben auch so der Punkt. Die vorherige, die war ja so silbrig. Das ist ganz nett. Die gehen halt häufig am Tag rein. Diese allerdings, die wollen wir. Denn das ist zum einen von den XP gut. Mit Premium hat man natürlich noch mal das Doppelte an XP. Happy Hour Bonus ist natürlich auch mal ganz schön. Brassen kloppen in der Happy Hour. Da hat man eine schön hohe Frequenz und kann ordentlich XP noch machen. Wenn man da natürlich jetzt kein Premium hat, fällt natürlich dieser Bonus und der Happy Hour Bonus weg. Nichtsdestotrotz, das Wichtigere, das Silber, was reinkommt, das lohnt sich eben auch. Gerade bei diesen Brassen, diese dunklen und großen. Also, das ist das Ziel. Und wenn sie dann immer größer und dicker werden und dann irgendwann im Bereich von Trophy, von der Trophy sind, dann macht es natürlich auch kohlemäßig richtig Spaß. Ja, wenn ihr dann natürlich einen Köder rausgefunden habt, gehen wir davon aus, ihr seid hier mit drei verschiedenen unterwegs, ihr habt einen Köder rausgefunden, der funktioniert, dann natürlich alles schnell umstellen auf diesen einen, der gerade sehr gut funktioniert. Was man dann natürlich auch machen kann, ist, wenn man jetzt sich hier das Futter anschaut, und wir gehen davon aus, wir haben jetzt hier Fliegenmade und Hirsebrei mit drin, dann kann man natürlich auch sein Futter nochmal auf den Köder abstimmen, um so nochmal ein bisschen intensiver oder nochmal ein bisschen besser anzulocken. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir die größten, wir sind jetzt gerade auf dem Knoblauchteig zum Beispiel, und wir erstellen hier die Basis mit der Perlengraupe, was war es, Hirse- und Fliegenmade, ne, oder andersrum. Das sind die Basisartikel, Fliegenmade. Dann könnten wir hier natürlich noch so Sachen wie Knoblauch mit reinnehmen. Hier gibt es so würzige Knoblauchfeeds zum Beispiel, nehmen wir mal diese mit rein, und das Ganze könnten wir, gibt es Knoblauch als Soße? Gibt es nicht. Also, dann nehmen wir jetzt noch das Anisöl mit rein, als, wir lassen die einfach mal weg, jetzt haben wir hier die Komponente nur einmal mit den großen Feeds drin, und dann nehmen wir jetzt hier nochmal das Anisöl mit rein, und würden jetzt hier Brasse, und dann haben wir den Knofi dabei, Brasse Knofi, zapp, 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 könnten das jetzt speichern oder einfach herstellen, und würden dann, guck mal da, 10 von 10 sogar, Top-Qualität, und würden dann natürlich mit einem sehr speziellen Brassenfutter, speziell dann eben für Knoblauchteig, hier weitermachen, dann sollte man natürlich auch alles auf Knoblauchteig einstellen, suchen wir mal eben Brasse Knoblauch, guck mal, hier sind sogar noch welche, wo haben wir ihn denn? Da ist er doch hier, Brasse Knofi, dran vorbeigegangen, genau, so, dann haben wir den, und werfen dann genauso an der gleichen Stelle, auf 10 Meter geklippt, werfen wir dann weiter aus, und forcieren dann natürlich auch, die Brassen auf diesen Knoblauchgeschmack, so, hier machen wir dann auch nochmal Knoblauch, das war Honig, Knoblauchteig drauf, und hier auch den Knofi, zack, da ist es, und gib ihm. Ja, und so optimiert man dann eben auch das, ja, das Brassenangeln, auf spezielle Köder, und dementsprechend kann man dann auch, die richtig dicken Brocken hier rausziehen, ja, wie gesagt, wir haben jetzt hier schon 6 Uhr morgens, ich würde sagen, grundsätzlich so vielleicht bis ungefähr 10 Uhr morgens ausprobieren, und wenn es dann an dieser einen Stelle, die ihr getestet habt, vielleicht nicht so gut gelaufen hat, oder nicht so gut funktioniert hat, vielleicht einfach ein paar Meter weiter gehen, ab zur nächsten Stelle, abends hinstellen, testen, tagsüber dann vielleicht an verschiedenen anderen Stellen, mal einen Tauwurm hier reinhauen, vielleicht wenn man hier unten im Fuß ist, hier können, jetzt können natürlich auch Karpfen und Amore reinballern, aber ich sag mal, wenn man hier in diesem Bereich unten angelt, ist man relativ sicher, auch mit einem kleinen Setup, weil die Fische hier so schnell nicht rauskommen, das heißt hier, oder auch mit verschiedenen Teigen probieren, auf Giebel, auf Karauschen natürlich, was dann so am Tag eben auch hier reingeht, Döbel gehen auch manchmal rein, wenn man hier Würmer dran schmeißt, der normale Regenwurm zum Beispiel, den kann man auch verwenden, einfach ein bisschen sparsam auch unterwegs sein, ne. Ja, an der Stelle würde ich sagen, ist es bisher ganz okay, es sieht gar nicht so schlecht aus, ich sag mal, hätte ich jetzt von vornherein in den Abendstunden schon angefüttert, und so wäre die Nacht über auch noch ein bisschen mehr gegangen, Knoblauch scheint immer noch ein ganz guter Köder zu sein, also hier kann man sich schon mal hinstellen, wie gesagt, sonst zuletzt hat hier oben funktioniert, ungefähr auf 20 Meter, hier kann man sich auch hinstellen, auch 20 Meter, ungefähr rauswerfen, also diese verschiedenen Stellen einfach testen, hier in dem Bereich, hier in dem Bereich, hier unten, ob von der Seite oder von der unteren Seite, und ja, ich meine, man sieht es, die tiefen Stellen sind da sehr eindeutig, ich würde sagen, zieht raus die Dinger, Brasse, immer noch, Fisch, hoppala, Fisch Nummer 1 für die Anfänger sozusagen, oder ab Level 12, Fisch Nummer 1, um gut Silber zu machen, um gut XP zu machen, Alter, das ist doch mal ein schöner dicker Brocken noch hier, zum Ende hin, hopp, und, Alter, 4,05, das ist mal ein richtig schweres Gerät, das lohnt sich, sollen wir nochmal reingucken, was die bringen, ich würde sagen, wir gucken nochmal eben kurz rein, was denn die Brasse so an Silber bringt, wir haben ja jetzt, verschiedene Größen, also im Kilo Bereich, haben wir welche, jetzt im 4 Kilo Bereich, ist die noch ein bisschen dazwischen, 1,5, schmeckt, also im Großen und Ganzen lübt es, schön auf Knoblauch, schön auf Knoblauch, vielleicht sogar noch optimiert, und ich würde sagen, wir gucken gleich nochmal eben in den Kescher, so, ich bin zurück in der alten Festung, das Erste, was wir natürlich machen, wenn wir zurückkommen vom Angeln, wir gucken ins Café, ob wir da nicht irgendwelche Aufträge abgeben können, und wie wir hier sehen, jetzt ist die Nacht vielleicht ja gerade rum, nach dem Brassenangeln, wir haben jetzt hier, ja, kurz vor 10 sozusagen, und hier sehen wir auch schon, was vielleicht unser nächster Zielfisch sein könnte, das bedeutet hier, Schleie könnten wir jetzt zum Beispiel probieren, schön da, wo es ein bisschen verschilft ist, mit ein bisschen Käse oder so, wir könnten natürlich auf Barsche gehen, auch beim Spinning oder beim Jiggen, auch das lohnt sich tatsächlich bei den größeren, Quappe ist eher für die Nacht, Kaulbarsch auch eher Nacht, man könnte natürlich auch Lauben stippen und ähnliches, also damit kriegt man doch bestimmt auch den Tag wieder rum, und wir gucken jetzt hier nochmal eben kurz rein in den Fischmarkt, sortieren mal eben nach Preisen, beziehungsweise gerade nochmal eben nach Fangzeit, denn man sieht hier ganz schön, in welcher Frequenz die eben auch reinballern, also man sieht es hier wirklich im Minutentakt sozusagen, von der sechsten Minute, 5, 5, 5, 5, 5, zack, 4, also die sind jetzt hier in wenigen Minuten, sind da mehrere halt immer wieder reingegangen, wenn wir nach den Preisen jetzt sortieren, pro Fisch, das ist natürlich jetzt wahnsinnig interessant, 13 Silber ist natürlich top, aber eben auch die, die hier jetzt schon so maßig sind, und diese braune dunkle Färbung haben, die sind alle, ich sag mal so von, ja von 3 bis 5 Silber, also um die 5 Silber herum, die etwas größeren 1, 2 Kilo, die liegen dann bei 6, aber ich sag mal so, um 5 Silber pro Brasse, ist natürlich schon top, also damit lässt sich halt richtig gut Silber verdienen, XP verdienen, man kommt schneller vorwärts, man kann sich bessere Sets kaufen, und so weiter, und so weiter, Fangzeit, gucken wir mal eben jetzt, 18 Minuten, ja sagen wir mal 15 Minuten, mit dem Hin und Her gelatsche, 15 Minuten, 60 Silber, ist okay, wie gesagt, wenn ihr von vornherein anfangt, in den frühen Abendstunden, schon die Futtermische auslegt, dann weiter zum, ja bis in, bis zu den Morgenstunden sozusagen durchzieht, dann habt ihr natürlich den Kescher deutlich voller, und dann ruhig einfach da bleiben, und euch den nächsten Spot suchen, um am Tag weiter zu angeln, schön die Kescher voll machen unten, und dann gucken, was ist alles reingekommen, und versuchen sämtliche Kaffeeaufträge zu absolvieren, damit kommt man am schnellsten vorwärts, damit macht ihr die meiste Kohle, ihr könnt Grundangeln ordentlich skillen, und seid da dann, ja, schnell, bei dem besseren Setup, und bei den dickeren Brocken. Petri ihr Lümmels, ich hoffe das Ganze hat geholfen, und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, oder im Livestream, auf Twitch, montags, mittwochs, und freitags, bis dahin. Bis zum nächsten Mal.